So, dann müssen wir das hier mal, es ist ein bisschen schwierig mit so vielen Fenstern zu arbeiten. Bin ich jetzt richtig? Ja. So, jetzt suchen wir mal denjenigen, den wir eben angelegt haben. Ich suche jetzt mal nach, Moment, Quatsch, falsche Suche. So, ich suche jetzt mal nach Webinar, jetzt müsste ich eigentlich mindestens die zwei finden, die ich angelegt habe. Hier ist noch einer, der nicht funktioniert hatte. Auf jeden Fall, hier diese beiden, das waren die, die ich angelegt habe. Ich nehme jetzt den zweiten, weil da hatte ich ja schon einen Lieferanten mit angefordert. Moment, war das der richtige? Nein, wir nehmen den ersten. Den zweiten nehme ich dann im zweiten Schritt. So, der erste Workflow, den ich jetzt zeige, ist, wenn ich nur eins von diesen mache. Also wir machen jetzt, wie eben auch, nur die Grunddaten, die wir ändern. Deswegen haben wir jetzt hier den ersten genommen. Um es zu ändern, drücke ich, also wenn ich ihn anwähle, zeige ich mir den nur ein. Sobald ich auf Edit drücke, wird ein neuer Change Request angelegt. Jetzt sagen wir mal hier Webinar Demo 3. Jetzt füge ich einfach mal hier irgendwas an den Grunddaten hinzu. Ich sage jetzt mal hier Titel Company. Das ist einfach mal irgendein Grunddatum geändert. Ansonsten lassen wir mal alles gleich. Das schicke ich jetzt ab. Schauen wir mal, ob das wie eben funktioniert hat. Gehen wir wieder ins Workflow-Log. Und siehe da, wie eben auch General Data Approver soll das jetzt abwickeln. Also gehen wir zum General Data Approver. Aktualisieren seine Worklist. Dann müsste es jetzt da sein. Genau, hier ist jetzt das Workitem Webinar Demo 3. Das ziehe ich mir jetzt. Und dann ziehe ich mir jetzt. Und ich sage jetzt, ja, ist in Ordnung. Und dann müsste es aktiviert werden. Dauert immer einen kleinen Moment, bis es aktiviert wird. So, Status 5. Ah, der ist noch am Arbeiten. Jetzt hat er es. So. Das heißt, wir haben jetzt diese Änderung vorgenommen. Ist jetzt erfolgreich im ERP verbucht. Jetzt kommt der wirklich spannende Fall. Jetzt zeige ich Ihnen einen parallelen Workflow-Ablauf. Dazu nehmen wir jetzt diesmal wirklich den zweiten, also Webinar 2-Inc. Das war quasi das, was wir eben als zweites angelegt haben. Den ändern wir jetzt. Und was ich jetzt zeigen will, ist, also wir ändern jetzt nur etwas am Buchungskreis, aber nicht an den Grunddaten. Das bedeutet, wir werden gleich nur zwei Approver haben, beziehungsweise drei, ich lege auch noch eine Purchasing-Organ. Das heißt, wir haben drei verschiedene Approver, aber der Grunddaten-Approver ist nicht dabei. Das ist das Ziel. Jetzt bearbeiten wir den Company-Code DE1. Das bedeutet, ich klicke jetzt hier auf Bearbeiten. Ändern wir einfach mal das hier. Es muss hier nur eine Änderung vorgenommen werden. Inhaltlich ist es jetzt nicht so wichtig, was da geändert wurde. Jetzt lege ich einen zweiten Company-Code an. Sagen wir mal, der ist jetzt noch für die Schweiz. Und ich lege jetzt auch noch eine Purchasing-Organisation an. Und im System haben wir nur eine. So, jetzt sehen wir noch eine schöne Währung aus. D-Mark nehmen wir nicht, das ist zu alt. Nehmen wir den Euro. Ich habe jetzt quasi den Company-Code, den ich eben mit angelegt hatte, geändert, einen neuen Company-Code hinzugefügt und eine Purchasing-Organisation hinzugefügt. Jetzt sage ich Done. Das System meckert zu Recht. Ich habe eben vergessen, die Beschreibung einzutragen. Das mache ich jetzt noch. Jetzt müsste er eigentlich nicht mehr meckern. Sehr gut. Dann kann ich den jetzt abschicken. Also ich habe jetzt wie gesagt nur Organisationsdaten geändert, aber keine Grunddaten. Dementsprechend erwarte ich jetzt, dass der in eine dreifache Parallelität geht, aber nicht der Grunddaten-Approover dabei ist. Schauen wir mal, wo er jetzt steht. Dann schauen wir mal, ich habe jetzt für diese drei Sachen, also gucken wir erstmal bei dem hier, das ist der Grunddaten-Approover, da darf jetzt nichts drinstehen. Und die ist wie erwartet leer. Das hier ist der Approver für Organisationsdaten allgemein. Den habe ich jetzt in diesem Workflow für die Purchasing-Org-Daten genommen. Das heißt, er müsste eigentlich das Work-Item haben. Schauen wir mal, ob die denn so ist. Einmal aktualisieren. Dann müsste jetzt Webinar-Demo 4 erscheinen. Da ist das Work-Item. Dann haben wir hier den Approver für den Company-Code DE01. Das war der, den ich angelegt hatte ganz am Anfang. Dort müsste das Work-Item jetzt auch erscheinen. Da ist es. Und dann nehmen wir den Approver für die Schweiz. Der lädt jetzt auch. Und dort müsste es auch erscheinen. Und das ist auch der Fall. Jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt hier durch. Jetzt müssen wir, als in jeder Rolle, müssen wir jetzt diesen Change-Request approven. Oder halt ablehnen. Aber ich mache jetzt wirklich Approve, weil uns dauert das noch zu lange hier. Ist ja doch recht viel. So, ich sage jetzt bei ihm Approve. Der Approver für die Schweiz. Hat funktioniert. Machen wir den zu. Hier nochmal ein Refresh. Mal gucken, ob das Work-Item immer noch drin ist. Müsste ja eigentlich noch drin sein. Das ist immer noch der Fall. Okay. 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 Jetzt sage ich auch, das ist jetzt der Approver für Deutschland. Sage ich jetzt auch Approve. Das hat auch funktioniert. Und jetzt nehme ich, das ist jetzt der Approver für die Organisationsdaten allgemein. In diesem Fall für die Purchasing-Org hole ich mir das Work-Item. Und klicke auch hier auf Approve. Und jetzt habe ich alle drei parallelen Branches Approved. Dementsprechend müsste ich jetzt an dieser Stelle hier den aktualisierten Status sehen können. Also es müsste jetzt in die Aktivierung gehen, weil alle drei durch sind. Schauen wir uns das mal an. Der ist aber noch in dem Status. Das heißt, es ist noch am Arbeiten. Ja. Der ist durchgelaufen. Also hier Status 5. Final Check Approved. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch schnell im Log an. Wie eben auch. Weil da sieht es dann etwas spannender aus als am Anfang. Wir gehen wieder in unser Log rein. Wo haben wir ihn? Da ist er. Jetzt haben wir hier. Das ist der Workflow, den wir als drittes gemacht haben. Also der, der nur die Grunddaten geändert hatte. Der dürfte so aussehen wie der Anlageprozess. Also auch nur ein User-Schritt. Weil da ja, hier war ja keine Parallelität vorhanden. Aber spannend wird es jetzt hier bei dem anderen. Das wird ja den wir gerade eben gemacht haben. Hier sehen wir. Also dieser Workflow ganz normal. Und hier ist aber jetzt. Moment, das war jetzt verkehrt. Hier ist jetzt also an drei Stellen ein Sub-Workflow aufgerufen worden. Dadurch sieht man, dass hier parallel abgearbeitet wurde. Das wollte ich einfach jetzt nur mal im Vergleich zeigen. Was hierbei wichtig ist, ist, dass in dem Fall, dass keine Parallelität vorherrscht, dass der Workflow dann trotzdem wie gewohnt funktioniert. Aber das ist dann aber auch an der Stelle keine parallele Abarbeitung. Das könnte man sich ja eventuell vorstellen. Und hier ist noch wichtig zu sehen, diese drei Workflows, die wir eben parallel abgelaufen haben, die sind hier vom Workflow-System gestartet worden, nicht von mir. Also das sind quasi die drei Unter-Workflows, die hier angezeigt werden. So. Jetzt gehen wir zurück zur Präsentation. Diesmal drücke ich die richtige Taste. sage ich die Frage,